und nun kommen wir endlich zum schloss naja kurz wieder so ein schloss draußen anfängt ich ah'n schlimmes natürlich möwen wer hätt's anders da erwartet okay geht es schießt ab es hat man gesehen zu lassen okay nein du fehlverfickt das scheißvogel zwei kaktenen da oben ist ja interessant naja hauptsache strim das hört sich nach scheiß an ja müssen sie auch 2 was zum teufel wirkt sich dann natürlich mehr so eine keule kennen wir doch noch ja hau ab jawoll ich kann die fressen wusste ich gar nicht na komm schwingt geschafft und eisfrucht cool du da oben fliegt er herr steht genau und die andere ist wieder da es ist so klar nach stelle wenn er habe ich genug mit der als 30 die gelbe kanone gut für mich aus man lernt nie aus immer kommt was neues erne ist ding brauchte jetzt nicht da hätte ich es doch gebraucht blödes baby und nein wir morgen stemmwichser da kommen geht er ein wichsen ist viel guck mal da hoch bitte ja erstmal darum mach weiter so auch hier erstmal weg freimachen da kommen aus dem weg ja bäm erstmal alles weg hier scheiße und drücken scheiß baby gut kann das weg eier nachschub so damals die eier gelben ausgespuckt jetzt gehen wir hoch und ich könnte wetten ja dass ich falsch war wegen es habe ich recht frühzeitig gemerkt und wir waren auch sonst weg machen konnte ok nochmal nach oben ich ziel schon mal konzentration konzentration oh 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 äh perfekt geil perfekt durchgekommen ok ein Brett wow das was macht ihr da hr vielleicht reden sie das ding da oben blöde geister blöde drecks da ist es kann man noch mögen und irgendwas was ist was eine möbel sein soll aber viel zu fett dafür ist ja kommt 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 ist es ja und es ist früher unten als ich oben ja kommen eigentlich so was fällt ja schnell als man hochsteigt aber ach egal natürlich gehen die jetzt noch mal hoch bis auf und darum schon ein gegner ich pack's nicht ginge relativ schnell ich bin doch eigentlich mal abgekackt faszinierend du wirst hier nie wieder rauskommen gleich wirst du die sterne sehen aber ich die nicht freundlich sind ja komm macht es viel größer wie immer also ein großes wo sie mal ein hat es war der gegner ich erinnere mich gehe ich wieder von 90 also mini planeten anführungszeichen und ich muss jetzt mit super sprung dem immer dieses holzteil entgegen haben aber das ist nicht so einfach wie man wie es sich anhört also der kampf kann minimal ein bisschen da kommen so einmal immer so ein bisschen ausprobieren habe ich nicht getroffen das auch schon getroffen ah fuck 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 fehler 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 oh wieso kommt das gleiche richtung ich wirst du mal dieses scheiß baby auffangen so zweimal oh ja jetzt schaltet er ein turbo ein uhr ja drei mal oder nein ich pack's nicht komm schon jawohl drei stirb aber wir haben ein bisschen zeit brauchen muss ich halt nur gleich taktisch recht legen ein bisschen beobachten wo lang der läuft und dann ist er sich auch kein problem aber nur sagen mit dem papa schon ein bisschen länger als für die anderen und werden den schlüssel wir kommen die sechste Welt-Baby-Vario sind wir nicht cool er wird es die Kursbahn aber ich habe eine Blume eingesammelt 25 Punkte macht die scheiße umort eine Blume um an 545 ja ja das könnte man auch besser machen wo läuft der eigentlich gerade unten jetzt sehe ich ihn ich muss gerade überlegen wo ist der hin der rennt berg hoch rennt berg hoch rennt berg hoch und crash um die fünfte fahne hängt hoch werden jetzt weggebeamt anscheinend ja zu einem neuen kasten ok 1 4 4 5 5 6 1 Vielen Dank.